Ton, Ton läuft, Kamera, läuft und Klappe, kälter als der Tod, 72 die Erste. Brauchst du so fest zuschlagen? Das ist Film, kein Theater. Mach die Kamera darüber. Reinhard, das wäre dann aber ein Axtsprung. Hast du mal einen Film von Godard gesehen? Der schreit auf Regeln, der macht was er will. Was willst du machen? Filme. Filme über dieses Land. Ich habe schon drei Filme geschrieben und ich habe vier Filme im Kopf. Überall wo du hingehst, sind Stoffe, die davon handeln, wie die Menschen träumen und wie ihre Träume kaputt gehen. Warum schaut denn der Depp in die Kamera? Was machst du, Mann? Wir drehen hier einen Film. Habt ihr denn immer noch nicht kapiert, was das heißt? Ich zahle den Film aus eigener Tasche. Geld bekommt niemand. Kamera, Licht, Ausstattung, Drehbuchregie mache ich selber. Hier der Mülldorfer. Hauptrolle. In meinem Leben oder im Film? So, ich stelle dir jetzt die Liebe meines Lebens vor. Immer auf die Zwölf. Was? Bin ich bei dir, du keine Angst. Welcher Tag? Welcher Film? Kein Film. Alles ist Film. Alles. Alles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ach, Rainer, du hast doch schon so viele gute Filme gedreht. Aber kein Meister, der auch. Ich will, dass mein Name da steht und die großen Namen stehen. Austin Wells, Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder.